Ja, Wikimedia, Sie haben sich nicht verhört. Unser größtes Projekt ist die Wikipedia, von der haben Sie sicherlich alle gehört, also die deutschsprachige Wikipedia. Wir setzen uns als Verein für freies Wissen und offene Bildung ein und in dem Kontext werde ich Ihnen jetzt auch das folgende Projekt und auch die folgenden Empfehlungen vorstellen. Aber bevor ich mit den Details beginne, eine kleine Einführung in das Thema, um das Ganze hoffentlich verständlicher zu machen. Nehmen wir an, es gibt gerade einen großen Hype zu einer bestimmten Sache. Sagen wir mal, es sind Donuts. Donuts gibt es ja eigentlich so oder so ähnlich schon seit längerer Zeit, aber irgendwie haben Sie eine neue Blüte erfahren. Also als gebürtige Berlinerin kenne ich schon und Sie vielleicht auch schon lange Berliner Pfannkuchen. Genau, jetzt haben wir Donuts und Sie haben von diesem neuen Donut-Hype gehört und denken sich, ich will das auch mal ausprobieren. Ich bin neugierig, ich habe Lust, das mal zu testen. Es gibt noch nicht so viele Läden, die diese neuen Formen von Donuts haben. Deshalb suchen sich den bestimmten Laden aus und gehen dann mal vorbei und sehen in der Theke richtig tolle Donuts mit tollem Zuckerguss und verschiedenen Streuseln und manche sind noch gefüllt und was auch immer. Und Sie suchen sich einen aus und beißen rein. Boah, erster Biss, richtig gut. Geschmacksexplosion, also viel süß, keine Ahnung, Cookie, Fudge, Chocolate, was auch immer. Grandios. Also Sie sind wirklich begeistert, Sie können verstehen, warum diese Donuts so krass gefeiert werden. Dann beißen Sie ein zweites Mal rein. Irgendwas ist ein bisschen seltsam. Irgendwie ist das saure Gurke. Also nicht das, was Sie bestellt haben, auf jeden Fall. Gehen Sie mal zur Ladentheke und fragen nach. Entschuldigung, irgendwie der Donut, also da stand Cookie, Fudge, Schoko, Erdbeer drauf, aber ich glaube, der schmeckt nach saure Gurke. Ja, kann ich Ihnen nichts dazu sagen, sagt die Person an der Ladentheke. Okay, aber was ist denn in dem Donut drin? Also doch keine saure Gurke, oder? Ja, kann ich Ihnen, wie gesagt, nichts dazu sagen, weil das macht so eine Backmaschine und das Rezept ist geheim. Okay, gut. In diesem Laden werden Sie dann wohl keinen Donut mehr essen. Was ich hier kurz eingeleitet habe mit dieser etwas schrägen Donutgeschichte, soll eine Metapher sein für das Thema KI, generative Chatbots. Denn was wir bei so einer Donut-Erfahrung nicht akzeptieren würden, dass uns einfach gesagt wird, Rezept kennen wir nicht, was da drin ist, können wir auch nicht genau sagen, es macht irgendeine Maschine, was auch immer. Ich glaube nicht, dass Sie sich auf diesen Deal einlassen würden und dieses Produkt weiterhin einfach so konsumieren würden. Allerdings, wenn wir auf generative Chatbots schauen, aber auch Bildungstechnologien oder generell Technologien insgesamt, ja, man ist irgendwie dran gewöhnt. Also, wir wissen nicht so genau, was steckt denn hinter diesem einen großen, sagenumwobenen, generativen Chatbot, von dem wir hier ganz viel reden. Wie ist er aufgebaut? Welches Rezept hat er? Also, mit welchen Daten wurde er eigentlich gefüttert? Wie wurde er trainiert? Also, wie genau wurde das vermischt, der Teig und so weiter? Ist nicht bekannt. Auch auf Nachfrage gibt es darauf keine Antwort. Wir werden im Dunkeln gelassen. Wir werden darüber nicht aufgeklärt. Und man kann jetzt natürlich sagen, die Entscheidung, ob ich einen Donut esse oder nicht, ist relativ irrelevant gesellschaftlich. Aber die Frage, mit welchen Technologien wir arbeiten und welche generativen Chatbots wir vor allem im Bildungssystem einsetzen, ist sehr wohl eine gesellschaftlich relevante Frage. Vor allem, weil je nachdem, mit welchen Technologien wir in unseren Bildungseinrichtungen arbeiten, wir dem als einzelne Person auch ausgesetzt sind. Ja, aber nicht alle Personen wollten oder wollen akzeptieren, dass wir mit Technologien, mit generativen Chatbots arbeiten, von denen wir gar nicht wissen, wie sie funktionieren und wie sie aufgebaut sind. Und jetzt habe ich meinen Gag leider schon zu früh gezeigt. Denn ein kleines galisches Dorf, nein, natürlich war es kein galisches Dorf, eine kleine Gruppe sehr engagierter PädagogInnen hat sich im Jahr 2023 im April auf der Edunautica, das ist ein Barcamp für zeitgemäße Lehre, für zeitgemäße Pädagogik, zusammengetan. Und sie haben einen Aufruf für mehr Offenheit oder für mehr Offenheit bei KI in der Pädagogik geschrieben. Und sie haben diesen Aufruf sehr weit geteilt über ihre Netzwerke. Und so sind wir als Team Bildungspolitik bei Wikimedia Deutschland auch auf diesen Aufruf aufmerksam geworden. Und da wir, wie ich ja gesagt habe, die Themen freies Wissen und offene Bildung sozusagen im Herzen tragen, das sind unsere großen Themen, sind wir gleich auf diesen Aufruf angesprungen, haben gesagt, können wir irgendwie mitmachen, können wir euch unterstützen. Und so hat es sich ergeben, dass wir gemeinsam mit einer der am Aufruf Beteiligten, Nele Hirsch, sie ist Pädagogin, Bildungswissenschaftlerin, sie hält auch eine andere Keynote auf dem University Future Festival, wir sicherlich kennen sie einige von ihnen, haben wir mit ihr gemeinsam ein kleines Projekt ausgearbeitet, und zwar eine mehrteilige Veranstaltungsreihe, das Forum Offene KI in der Bildung. Es war ein Prozess, den wir zwischen November 2023 und Mai 2024 durchgeführt haben, mit ganz vielen unterschiedlichen Personen aus dem Bildungsbereich, aus der Verwaltung, aus der Politik, also alle Leute, die mitmachen wollten und konnten, und haben uns über sechs Monate hin in monatlichen Runden darüber ausgetauscht, wie wir uns die Zukunft mit KI-Technologien in der Bildung vorstellen, und hier eben mit einem ganz großen Fokus auf Offenheit und Transparenz. Und in diesen sechs Monaten haben wir in Schreibwerkstätten an einem gemeinsamen Empfehlungs-Handlungspapier gearbeitet, mit Bildungs- und digitalpolitischen Forderungen. Genau, diese haben wir am 14. Mai mit einer Runde von Bildungs- und DigitalpolitikerInnen bei uns in der Wikimedia-Geschäftsstelle verabschiedet, beziehungsweise veröffentlicht und auch diskutiert. Und wir sind bisher positiv überrascht, die Resonanz ist gar nicht so negativ. Ich musste vorhin bei den Lippenbekenntnissen von den Hochschulleitungen ein bisschen lachen, weil auf jeden Fall haben wir schon mal Lippenbekenntnisse auch auf Video, die sich dazu äußern, dass sie offene, transparente KI-Technologien in der Bildung tatsächlich sehr wichtig finden. Das ist ja schon mal ein erster guter Schritt. Genau, und jetzt geht es weiter und deshalb bin ich unter anderem auch hier. Also, was haben wir gemeinsam erarbeitet? Worum geht es uns? Wir haben zehn Handlungsempfehlungen geschrieben und die in drei große Bereiche eingeteilt. Der erste ist der Bereich Infrastruktur und Zugang. Das heißt, hier geht es darum, welche technologischen Rahmenbedingungen benötigen wir eigentlich, damit wir unabhängig von den bekannten großen Sprachmodellen, die wir kennen, eigene Lösungen überhaupt hosten können. Wer könnte das übernehmen? Was brauchen wir dafür? Dann haben wir den zweiten Bereich, das ist das Thema offene Bildungspraxis, weil das, was hier auch immer wieder diskutiert wird, ist die Frage, was macht eigentlich diese Veränderung? Was machen die neuen Möglichkeiten, die durch KI-Technologien in der Bildung entstehen, eigentlich mit unserer Lehr- und Lernpraxis? Das heißt, wir haben uns auch damit beschäftigt. Und im dritten Bereich geht es um das Thema Grundrechte im Digitalen und wo wir aufzeigen, warum im Endeffekt eigentlich nur offene und transparente KI-Systeme unseren Ansprüchen diesbezüglich genügen können. Ich leite sie jetzt einmal durch die verschiedenen Empfehlungen durch. Wir haben sie immer aufgeteilt nach kurzfristigen Empfehlungen oder Möglichkeiten, wo wir hoffen, dass man die vielleicht etwas schneller angehen könnte, und langfristigen. Genau, zur ersten kurzfristigen Empfehlung, da geht es darum, dass wir überhaupt erst mal für alle lernenden Personen in Deutschland, also wir haben uns jetzt auf Deutschland beschränkt, Zugänge zu offenen KI-Systemen schaffen. Denn was wir bisher sehen, und es ist sicherlich auch Ihre Erfahrung, wenn Sie hier schon im Austausch miteinander kamen, es gibt einzelne Bundesländer, die haben bestimmte Lösungen gefunden, es gibt einzelne Bildungseinrichtungen, die haben eigene Lösungen gefunden, es gibt Einzelpersonen, die sich irgendwelche Zugänge zu irgendwelchen Technologien oder was auch immer verschaffen. Wir haben keine flächendeckende Vergleichbarkeit. Das heißt, aktuell ist eine lernende Person in einem Bundesland, hat sie komplett andere Bedingungen als in einem anderen Bundesland. Warum finden wir das schwierig? Weil aus einer auch medienpädagogischen Sicht es klar ist, dass wir nur dann wirklich über Systeme lernen, sie erfahren und auch kritisch damit umgehen können, wenn wir sie erproben können. Deshalb ist es für uns eine zentrale Maßnahme. Jeder muss die Möglichkeit haben, Zugang zu haben und mit solchen KI-Systemen zu experimentieren und dann eben auch darüber zu reflektieren und die Herausforderungen auch zu sehen. Wir haben hier auch ganz explizit offen dazu geschrieben, denn es gibt bereits offene, also Open-Source-Lösungen. Allerdings sind die irgendwie, die laufen komplett unterm Radar. Und hier sehen wir eine große Chance, denn es zeigen sich bereits jetzt auch etliche finanzielle Herausforderungen für verschiedene Einrichtungen und Bundesländer, die massiv Gelder an große Big-Tech-Firmen zahlen, um Zugänge zu diesen großen Sprachmodellen zu bekommen. Also hier fordern wir andere Zugänge und Möglichkeiten. Mittelfristig haben wir uns auch hier angelehnt an einen Vorschlag, der bereits die Ständige Wissenschaftliche Kommission der KultusministerInnen-Konferenz der Länder im Januar dieses Jahres veröffentlicht hat. Und auch hier, auch wenn in einem sehr kleinen Absatz, empfehlen auch Sie, dass man mehr in Richtung Commons-Alternativen denken soll. Das heißt, zu überlegen, inwiefern kann man auch mit einer gemeinsamen Anstrengung eigene kleine Systeme bauen und zur Verfügung stellen, die auf offenen Daten basieren, auf offenen Modellen und so weiter. Also wo wir wirklich nachvollziehen können, was ist da reingeflossen und wie wurde das trainiert. Und im dritten Part geht es nochmal um das Thema Infrastruktur und auch hier kann ich verweisen an einen anderen Vortrag, der heute Vormittag, glaube ich, stattfand, unter anderem mit Professor Parson, Junior-Professor, der hat einen sehr spannenden Beitrag im Jan-Martin-Biarda-Blog geschrieben und dort die Idee postuliert, dass Hochschulen eine zentrale Rolle spielen könnten, wenn es darum geht, eigene kleine Open-Source-Systeme zu hosten. Denn wenn wir uns umgucken in der Bildungslandschaft in Deutschland, dann sehen wir ganz klar, Schulen haben diese Möglichkeiten nicht, Erwachsenen-Bildungseinrichtungen häufig auch nicht, aber Hochschulen, zumindest einige, sind wirklich gut ausgestattet, was Rechenzentren angeht, es braucht ja auch Expertise, also IT-Fachpersonal und die Idee hier ist zu sagen, wir fangen damit an, was wir haben, also wir nutzen Infrastruktur an Hochschulen, bauen die vielleicht aus, unterstützen sie und diese können kleine Open-Source-Modelle hosten und dann wiederum beispielsweise Schulen oder Weiterbildungseinrichtungen zur Verfügung stellen. Dass wir auch hier viel vernetzter miteinander denken und schauen, wie wir uns gegenseitig unterstützen können. Also auch hier Unabhängigkeit ermöglichen. Bezüglich der offenen Bildungspraxis haben wir einen, wie wir finden, Quick Win. Das ist sowieso eine Grundforderung von Wikimedia, einfach zu sagen, alles, was aus öffentlichen Geldern bezahlt wird, soll auch der Öffentlichkeit zugutekommen. Wir kennen das unter dem, im Wissenschaftsbereich, die Idee von Open Science, Open Access. Genau dasselbe gibt es ja auch im Bildungsbereich, also zu sagen, Bildungsmaterialien, die durch Personen, die aus öffentlichen Geldern bezahlt werden, also wahrscheinlich relativ viele, die hier im Raum sitzen, entstehen, sollen einfach auch automatisch wieder unter einer freien Lizenz zur Verfügung stehen. Und das natürlich auch bezogen auf KI-Ressourcen, weil auch hier gibt es einfach schon bis jetzt sehr große Unterschiede. Und hier gibt es erste tolle Modelle, also der KI-Campus hat relativ viel, zum Beispiel schon offen, da kann man noch mehr öffnen. Genau, aber einfach diesen Wunsch nochmal hier zu unterstreichen. Ein zweiter großer Bereich, wenn wir über offene Bildung oder offene Bildungspraxis sprechen, ist natürlich generell die Frage, wie können wir lernen, oder wo lernen wir überhaupt, mit offenen Materialien umzugehen, überhaupt die Idee von, was bedeutet Open Source, was bedeutet freie Software. Wo kriegt man das überhaupt mit? Und hier vielmehr dieses Thema der, wir haben es jetzt Offenheitskompetenzen genannt, mit in den Blick zu nehmen und einfach im Kontext von Digital- und Medienbildung als Querschnittsthema viel stärker mit zu adressieren. Weil unsere Erfahrung ist, dass in vielen Bildungseinrichtungen, sei es Schule, Hochschule, auch Weiterbildungseinrichtungen, wir eben häufig eine Art von Produktunterricht haben, ja, wir lernen irgendwelche Microsoft-Produkte kennen, aber es geht darum, Medienbildung zu haben und dort eben das Thema Offenheit zu verstehen, warum brauchen wir unabhängige Lösungen. Genau, und mittelfristig, ich fasse die beiden Dinge jetzt zusammen, hier geht es um das große, dicke Brett der Fortbildung und Weiterbildung, auch der Prüfungskultur und zum einen die Frage, wie können wir bereits in Lehr- und Lernprozesse es schaffen, andere Fortbildungskonzepte mit zu integrieren, weil wir auch hier wieder sehen, dass, also da können Sie selber sicherlich viel mehr dazu erzählen und da wäre ich auch sehr spannend, mehr von Ihnen auch später zu hören, was wir häufig erleben oder auch rückgespiegelt bekommen, man besucht dann vielleicht mal eine Fortbildung, wo man irgendwie ein paar Tricks zum Prompting lernt, aber das genügt ja in der Regel nicht, das sind fortlaufende Prozesse, das ist etwas, was sich kontinuierlich weiterentwickelt und hier die große Frage, wie können wir eigentlich an Hochschulen, auch an anderen Einrichtungen, Weiterbildungsstrukturen schaffen, die kontinuierlich laufen, die kollegial laufen, die dementsprechend vielleicht auch niedrigschwellig laufen. Und da braucht es aus unserer Sicht andere Formate als viele der bestehenden, wo man mal, meistens dann auch noch freiwillig im Hochschulkontext, eine Fortbildung besucht, sondern wirklich die Frage, wie können wir hier andere Strukturen einziehen. Und das Gleiche gilt ein Stück weit, ja, betrifft das Thema Lehr-, Lern- und Prüfungskultur. Auch hier unser Aufruf, lasst uns die Dynamik nutzen, die aktuell besteht, dass eben so vieles neu ist und auch vieles in Frage gestellt werden, das wurde ja auch, heute Morgen gab es ja einen Vormittag, gab es den einen Beitrag, wo so verschiedene Aussagen getroffen wurden und da war ja auch so ein bisschen die Debatte, bringen uns Bildungstechnologien eigentlich dazu, dass wir Lehre neu denken oder eher nicht? Und also das war, glaube ich, gab es nicht so eine richtige Antwort, aber wir versuchen zumindest zu motivieren, zu sagen, lasst uns diesen Moment nutzen und wirklich überlegen, wie wollen wir denn unsere Lehre und auch unsere Prüfungskultur gestalten und dazu einfach jetzt diesen Moment, genau, das in Angriff nehmen. Und der dritte Teil, das Thema Grundrechte im digitalen Raum, das geht wieder so ein bisschen auf mein Donut-Beispiel zurück, ja, wir haben irgendwie häufig akzeptiert, dass, oder viele von uns, oder ich kann nur für mich sprechen, ich habe auch lange akzeptiert, ja, was auch immer, Technologien, es ist halt auch sehr komplex und so weiter, ich verstehe es nicht, ist so, kann man nichts machen, damit muss ich leben. Aber wir haben gesagt, nee, wir finden nicht, dass man damit leben muss. Und es gibt bereits auch Forderungen, ein relativ bekanntes Papier, was sich auch klar für sogenannte Datasheets ausspricht, wenn es um KI-Technologien geht, beispielsweise um Sprachmodelle. Und hier zu sagen, wenn eine KI-Technologie, wenn eine Bildungstechnologie eingesetzt werden soll in einem so besonderen und auch riskanten und sensiblen Umfeld wie der Bildung, dann braucht es eine klare Dokumentation dessen, wie das System funktioniert, wie es aufgebaut ist und so weiter. Und es kann nicht sein, dass, ja, dass wir mit Systemen arbeiten sollen, von denen keiner, auch, also ich selber vielleicht nicht, aber auch nicht eine Expertin, die sich das anschauen kann, keine Möglichkeit hat, das zu prüfen. Das heißt, für uns wäre eine Grundbedingung, dass Firmen und so weiter eben entsprechend sogenannte Datasheets mit einreichen müssen. Und da ist dann ganz klar aufgelistet, wie das System funktioniert, aus was es besteht und so weiter. Und darüber hinaus, und da gibt es schon erste kleine auch Ansätze, natürlich die Frage, wie kann man solche Datasheets, die dann meistens doch wieder sehr technisch komplex sind, runterbrechen, um zumindest auch Personen wie mir, die keinen Hintergrund in der irgendwie Technik oder wie auch immer Wissenschaften hat, die Möglichkeit zu geben, zumindest ansatzweise das nachvollziehen zu können. Da gibt es erste Versuche mit so kleineren Ampelsystemen und so weiter. Genau, um hier wirklich dieses Thema, wovon viel gesprochen hat, digitale Souveränität, dem überhaupt einen Boden zu geben, dass ich digital souverän sein kann, weil das kann ich nur sein, wenn ich es irgendwie nachvollziehen kann. Darüber hinaus natürlich ein Riesenthema, Datenschutz, auch die Frage personenbezogene Daten. Ich weiß nicht, ob Sie es auch gelesen hatten, aber in einem Bundesland gab es von den Datenschutzbeauftragten den Hinweis an Lehrkräfte, dass wenn ihre SchülerInnen mit diesem einen großen Sprachmodell arbeiten, dass sie doch bitte immer aufpassen sollen, dass die SchülerInnen keine personenbezogenen Daten in den Prompt eingeben. Die meisten Lehrkräfte haben laut aufgelacht und haben gefragt, wie stellen sie sich das vor? Wie soll ich das denn überprüfen? Zumal dann überhaupt ja das Konzept personenbezogener Daten irgendwie auch erst mal klar sein muss. Das ist aus unserer Sicht nicht die Lösung. Wir brauchen Anwendungen, die sicher sind, wo wir wissen, die Daten verbleiben auf meinem Endgerät und nicht in irgendeiner Cloud oder sonst wo. Sie werden nicht ohne meine Einwilligung genutzt, um ein System weiter zu trainieren. Das heißt, auch hier kann aus unserer Sicht nur mit einem offenen und transparenten System wirkliche Sicherheit gewährleistet werden. Und zu guter Letzt, mittelfristig stellen wir uns vor, dass wir eine Art unabhängige Prüfstelle einrichten, vielleicht so etwas Ähnliches wie FSK oder was auch immer. Also das kann man sich vorstellen, vielleicht so eine öffentlich-rechtliche Einrichtung, die auch unabhängig ist von einer wechselnden Regierung. und zwar bestehend aus WissenschaftlerInnen, Personen, ExpertInnen aus der Zivilgesellschaft, NutzerInnen, verschiedenen Stakeholder-Gruppen, die dann mithilfe entsprechender Datasheets und Dokumentationen so Systeme vorprüfen können und dann eben auch mit einer Empfehlung an Bildungseinrichtungen herantreten können, sagen, das System ist irgendwie, wir haben es vorgeprüft, es funktioniert ganz gut, es ist sicher, die Daten sind dort und so weiter und so fort. Auch hier wieder, wir können eine externe unabhängige Prüfung nur dann gewährleisten, wenn wir mit offenen und transparenten Systemen arbeiten, sonst funktioniert es nicht. Ja, ich habe die Empfehlungen sowohl ein paar Mal ausgedruckt dabei, die liegen da hinten auf dem Tisch, ich habe gehört, manche freuen sich auch wieder über Papier zum Rumblättern, also bitte mitnehmen. Aber Sie können die Empfehlungen natürlich auch hier runterladen. Wir sind gerade dabei, ein kleines Wiki einzurichten, damit, weil unsere Idee wirklich ist, dass das Ganze weiterentwickelt wird, also dass wir damit weiterarbeiten. Wir haben das, wie gesagt, im Mai veröffentlicht, gefühlt sind seitdem schon wieder 5000 neue Dinge passiert, die wir jetzt noch gar nicht drin aufnehmen konnten und unser Wunsch ist, dass das ein Dokument ist, es steht natürlich unter einer freien Lizenz, also wirklich, nehmen Sie es mit, arbeiten Sie es durch und dass wir damit politisch arbeiten. Also unser Plan jetzt für die nächste Zeit ist leider, hatte ich meine Zwischenfolie, ist zu spät, deshalb jetzt einfach mündlich, also was jetzt bei uns ansteht, nachdem wir das Ganze auf einer bundespolitischen Ebene präsentiert haben und hier in Gespräche gegangen sind, mehr in die Länder reinzugehen, also mit, genau, PolitikerInnen auf Länderebene zu sprechen, aber auch mit beispielsweise RektorInnen, ja, verschiedenen Stakeholdergruppen auf Landesebene. Aber, also das Wikimedia-Team besteht aus drei Personen, das heißt, wir können das nur Stück für Stück machen, das heißt, wir brauchen Sie oder wir hoffen, dass wir dieses Thema einfach streuen, dass ich vielleicht so ein bisschen hier nochmal den Ansatz, wenn Sie nicht ohnehin schon überzeugt waren, so ein bisschen nochmal eine neue Idee reingebracht habe, müssen wir dem nachrennen, so wie es ist oder können wir nicht selber wieder Dinge in die Hand nehmen? Auch wenn wir keinen Technologie-Background haben, wir können auch aus einer pädagogischen Sicht, und das haben wir hier auch versucht zu machen, argumentieren, warum wir bestimmte Systeme bevorzugen und hier wirklich ins Gespräch zu gehen. Also deshalb, nehmen Sie es wirklich mit und machen Sie was auch immer, Sie möchten da mit, das darf man, da würden wir uns sehr drüber freuen. Und wenn Sie darüber hinaus Lust haben, in Kontakt zu bleiben, die Gruppe, mit der wir gemeinsam dieses Projekt gemacht haben, wir haben eine gemeinsame Signal-Gruppe, ich hoffe sehr, dass Signal weiter existiert und dass wir die Chat-Kontrolle abwählen können, aber das ist eine andere Sache. Genau, wir haben einen Signal-Chat, der ist auch wirklich sehr lebendig, da teilen wir einfach ganz viel Wissen, tolle Vorträge, Konferenzen, Ideen, Gedanken, alle rund um das Thema Offenheit, KI, offene Bildung und so weiter. Kommen Sie gern mit rein und hören Sie zu oder lesen Sie es durch oder diskutieren Sie mit uns, treten Sie mit anderen in Kontakt. Also unsere Idee ist, ja, das quasi so ein kleines Movement dadurch zu starten und das Thema mehr nach vorne auf die Agenda zu bringen und rauszukommen aus dem Gefühl, wir rennen hinterher, sondern wir nehmen das Gestaltende wieder in die Hand. Ja, und damit bin ich auch ein bisschen zu früh fertig, aber ich hoffe, das ist in Ordnung. Vielen Dank. Ja, ganz herzlich. Vielen Dank. Vielen Dank.